Hallo meine Gäste Schau und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von New World. Wir werden jetzt hier mal die zornigen Erdkreaturen untersuchen. Mal gucken, ob wir was beschicken. Oh, Schmauk, komm, Schmauk, komm, 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 so wird das gemacht. Ähm, so. Ey, wer schützt auf mich? So. Äh. Ich hab jetzt überhaupt... A 상황. Wow, 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 wow. Oh. Ach, nicht schon wieder der. Hier kommt schon wieder so einer. Oh. um um Ich habe jetzt überhaupt gar keine Ahnung, ob ich jetzt hier überhaupt richtig bin, weil... Ich habe jetzt überhaupt gar keine Ahnung. Ne, bin ich nicht, ich hätte hier längst müssen. Also jetzt doch, ich bin doch richtig, ich bin doch richtig. So, warte mal. Oh, 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 Bär. Nee. Doch, ich bin hier richtig. klar Okay, 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 okay. So, mal noch gucken. Ja, oder ich kann einfach nicht hier... Ja, gut. Da hab ich auch scheißegal. Ähm. Ein paar Reihen einfach hier rum. Kann ich auch machen. Ach, kacke. Ähm. Ja. 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 Ähm. So. Wollen wir mal. Äh. Der Besiege. Bronzwurzelkrieger und der Beute. Hurentasche. Okay. Ein von drei. Ein von drei. Ne, Bronzwurzelkrieg. Da brauch ich nicht. Oh, was haben wir denn hier? Oh, was haben wir denn hier? So. Ja. So. So. Diese ganzen Sachen da, so die Brief und so, das ganz ehrlich gesagt, das interessiert mich eigentlich alles nicht wirklich. Das sind durchlesen und vorlesen und so, das muss ich mal ganz ehrlich sagen. Puh, das habe ich denn jetzt hier eigentlich. Alles klar, Geschick, Konstitution, Stärke, Konzentration. Ähm. Ja. Ja, mach lieber die noch einmal. Ja, mach lieber die noch einmal. Ja, mach lieber die noch einmal. Okay, gut. Das hat also auch funktioniert. So. Ich muss ja gucken, ich habe irgendwo mein Inventar. Ich glaube, in Immerfall ist das glaube ich noch irgendwie noch ein Edelstein oder zwei. Oder vielleicht sogar mehrere. Dann muss ich mal gucken, ob ich die hier reinpacken kann. So, jetzt brauche ich noch einen. Den da, den hatte ich ja eben gerade schon. Den können wir ja nochmal pläten. So. Jetzt muss ich noch eine Tue. So, ich muss mal gucken, wo ich hier nochmal eine Tue hier finde. Oh. So, ich muss noch eine Tue. Oh. Ach, kacke Mann. Ach, ärgerlich. So, jetzt muss ich mal gucken, wo ich hier nochmal eine Truhe irgendwo umfinde. Warte mal ganz kurz. Okay. Ähm, er hätte 5000 Gegenstände mit einer, ernst ist sicher, das kommt auch noch. Erhalte einen Ausschuss ins Gegenstand mit einem Rüst von mindestens 400. So, aber wo zum Geier ist denn jetzt hier nochmal eine Truhe, die ich plündern kann? Ich weiß nicht, ob diese Truhen... Ob diese Truhen mit einer Zeit jetzt... äh, respawn... Ich meine, man kann aber jetzt hier wirklich, um mal hier so ein bisschen mehr Ersatzteile zu bekommen, wirklich hier rumrennen und diese Typen hier... Jetzt einfach mal immer... Da kriegt man ja immer irgendwas, was man... Entweder... Ach, kacke. Okay. Na, da kriegt man ja... okay, diesmal nicht. So, aber ich brauche jetzt hier noch irgendwo mal endlich eine Truhe, verdammt nochmal. Oh, boigen, ich habe mir, keine Truhe. Wow. Oh, oh, oh. Eieieieiei Ey, das kann ich auch Sehst du? Gut, das ist hier aber ein Geschenk und keine Truhe Okay, ich bin ja auch so gut wie draus Aber es muss doch mehr als nur zwei Truhen hier geben Ah ja, da kann ich die jetzt wieder Wir schnappen die Truhe Okay, gut, das kommt Erstmal Poncho Villa hier abend So Okay, sprich mit Südebank Coole, Janine So, der ist ja jetzt Ach, wo war der jetzt? Ach ja, da hinten Hm Okay, jetzt muss ich Ja, eigentlich kann ich jetzt hier einfach den Fluss entlang rennen Und dann da zu vier und dann zu drei und dann wieder zurück Ja, dann machen wir das doch einfach mal, ne? Okay, dann machen wir das doch noch mal rein Oh, gleich zwei Mal, ne? So, warte mal, laufe ich jetzt hier noch, ja. Au! Au! So. Ich meine, da können wir aber gleich hier nochmal bei den Häuschen nachgucken, was hier so abgeht. So, woher seid ihr? Okay, die Geister lassen wir uns einfach mal in Ruhe. Oh, was ist das? So. Komm her, du. Du, bleib doch mal stehen. So, ich kann ja verstehen, dass du möchtest, dass ich dich platz habe, aber du musst auch stehen bleiben, du. Ja. Dann bist du einfacher. Und wir sind auch ganz schnell hinter dir. Ähm, so. So, wer bist du? Ja, komm, ja. Alles klar. So, warte mal. Ach nee. Da muss ich dir entlang. Äh, warte mal, wie weit ist das eigentlich bis Nummer 2? Nein, die Nummer 2. Ach, das war ganz da hinten. Okay. Okay. Nummer 4 ist nur noch 141 Meter. Das ist gut. So, was habe ich denn jetzt hier eigentlich bekommen? Ähm. Und wie hier steht nur 5 rum oder so? Ach, schade. Auch keine... Ach, keine... Okay, so. Da hätten wir ja schon mal die erste Truhe. Das ist natürlich immer so mühselig, die Truhen hier zu suchen, ne? Aber... Oh, was ist das? Ah, geiße. Ah, ja. Oh, der fließt doch gleich in die Luft. Ah, ja. Oh, da kommt noch so einer wie einer. Ah, du Fiesaufhaus, Maul. Ey, drehen wir nicht über den Rücken. Das ist so unhöflich. Wetten, der Kollege hier, der sucht auf und verrückt nach Truhen und findet keine? Ja. Ach, Mist. Ich würde das besser finden, wenn... Ähm, wenn jetzt zum Beispiel man die Gegner markieren könnte und dann jeder Kaffer sitzt. Aber das wäre wahrscheinlich auch zu einfach, ne? Ja. 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 So, ich bin jetzt hier in dem Part. Ich danke mich fürs Zuschauen und was gefallen hat. Daumenkern, Abo, seid auf jeden Fall wieder dabei. Bye bye.